ja hallo hier ist pierre vogel ich sollte anrufen ich habe die nummer bekommen du wolltest den islam annehmen richtig super perfekt du hast dich bestimmt schon informiert videos geguckt und so weiter du weißt super super perfekt soll ich hier das vorsagen oder willst du es alleine okay okay gut also noch mal damit ja ich helfe dir dabei in charla also wenn man sagt das bedeutet ich bezeuge es gibt keinen gott aus aber niemand hat das recht angebetet zu werden außer ihm der ewige schöpfer lenker herrscher des ganzen universums um die von jedem lebewesen der mit seinen eigenschaften über unsere vorstellungskraft ist ja und wenn ich sage ich bezeuge dass mohammed der gesamte was ist dann bedeutet dass ich halte das für wahr was er berichtet hat und ich weiß dass die befehle und die verbote die er ausgesprochen hat im namen von allah für mich gültig sind selbst wenn ich natürlich vielleicht am anfang nicht alles schaffe ich zu passieren aber ich akzeptiere das und ich akzeptiere dass ich allah so anbeten soll wie der prophet mohammed fried und segen mit ihm das gezeigt hat okay okay ich sage dir das jetzt vor und du sagst das mit der absicht jetzt den islam anzunehmen und sozusagen jetzt ein neues leben anzufangen alle sind werden inshallah vergeben ok ich sagte er international концiert wird ein 2008 wird hierでしょう ja natürlich gerade noch ein Lebenser der Barst du als Michael oh wie sie es auch immer noch das national verdient werden und ich live bei dem Jahre zusammen mit drei beachteten betreffen als ich angenehm oder in angular im. super sehr sehr super wie alt bist du wenn ich fragen darf 43 marschallah 78er jahrgang wahrscheinlich oder 77 ok weil ich bin 78er jahrgang deswegen habe ich jetzt gedacht marschallah wie ist es dieses bei dir dazu gekommen dass du dich mit dem islam auseinandergesetzt also die tochter ist im islam konvertiert und die hat dann mit ihr darüber geredet und die hatte ich überzeugt dass der wahnsinn das ist total cool also die hat den islam angenommen hat die mit ihr das bestimmt erstmal schock bekommen wie islam angenommen hat also ich muss ehrlich sagen ja wenn sie auch gleich das kopftuch angelegt hatte und natürlich habe ich sie toll gefunden also ja aber für mich ist es halt so also ich möchte erstmal den islam kennenlernen sozusagen ja und dass ich irgendwann mein kopftuch trage vor allem was man alles so entfernten vor allem was man alles in medien die kompaktierten die drehen alle durch und die reisen auf und so weiter also das ist jetzt wirklich also ich kann mich jetzt ich habe so viele menschen haben bei mir schon islam angenommen haben aber ich kann mich jetzt gerade doch 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 da gab es schon mal eine geschichte da hat eine eine tochter den islam angenommen hat vater und mutter haben gleichzeitig den islam auch angenommen und das war sowas von kugel ich wusste erst gar nicht dass die ehepaar sind die haben gleichzeitig den islam angenommen dann war die ehepaar und dann stand die tochter daneben hat sich voll gefreut und so war super marschallah und dann und dann hast du dir ach so dann hat die dir den islam also dann näher gebracht super perfekt marschallah das ihr habt ihr also kannst deiner tochter sagen ihr beide habt jetzt meinen tag wieder gerettet und haben wir da wurden sie hört sich ich hab dich jetzt ach so ach so ach so marschallah ja ok obwohl der tag auch nicht so schlecht gewesen ist aber super super kümmere dich kümmere dich um deine mama kümmere dich um deine mama marschallam schön alles beibringen und so weiter und videos zeigen und da könnt ihr zusammen lernen aus welcher gegend in deutschland kommt ihr wenn ich fragen darf frankfurt frankfurt hamdulillah super da sind ja muslime ohne ende hamdulillah ist perfekt gut ja ok kommst du auch mal nach frankfurt inshallah momentan mit dem lockdown momentan mit dem lockdown ist das etwas ist das leider etwas schwierig und die moscheen dort die haben auch ein bisschen angst mich einzuladen aber inshallah inshallah schaffen wir es nochmal dann eine halle zu mieten oder sowas und dann öffentlichen vortrag zu halten inshallah super perfekt ja gut was soll ich noch sagen genau ähm schreibt mich über instagram an oder so wenn ihr das habt weil dann kriegt ihr auch noch ein zeugnis inshallah also das ist so wie so ein zertifikat das man islam angenommen hat und auch so ein einsteiger paket mit büchern und so weiter zugeschickt ok also einfach bei instagram anschreiben und hamdulillah der tag war zwar nicht so schlecht aber ihr habt ihn trotzdem nochmal versüßt und äh mit dieser schönen geschichte und gibt ihr weiter viel mühe viel mühe für deine für deine familie und für deine mutter und nochmal zur neu konvertierten ja ja ok ich weiß gar nicht wie du ich rede was man auch jetzt wieder neu konvertiert genau ja achso ja genau genau was man auch noch machen sollte ist dass man dann also sich duscht sozusagen alles abduscht mund und nase ausspült so als wenn man alle unreinheiten von sich abwäscht ok also du bist jetzt schon muslimin aber das ist nochmal so das gehört nochmal auch dazu ok ok super und dann hamdulillah du hast ja die perfekte tochter wie lange ist die tochter jetzt schon muslimin ein jahr ein jahr ein jahr ein jahr und die mutter hat islam angenommen ist das herrlich allahu akbar wie bist du denn überhaupt zum islam gekommen mein mann ist halt muslim ja also du hast schon geheiratet super ja perfekt gut wenn ihr irgendwelche fragen habt könnt ihr mich auch gerne anschreiben auf instagram wenn ich kann helfe ich euch dann nun oft ist es auch so da kommen so viele sachen rein dann ist man schon nicht so einfach ok ich wünsche euch was macht's gut ja salam aleikum ja